alle Leute hieß XD und Experts alt und ich habe mich endlich wieder mal auf 20 gezogen und jetzt versucht man v-mails kommen gute Bundesland zu bekommen schaut man einfach mal zu vielleicht hat sich vielleicht nicht Tja und Leder hat mich viel zu viel Blech und es hat gar keiner geklappt wirklich gar kein Bonis reingekommen das ist echt scheiße Tja Dankeschön fürs Zuschauen Tschüss bis zum nächsten Mal